so hi und hallo mal wieder ja ihr seht richtig ich öffne heute ein paar match attack bundesliga 2012 2013 11 stück weil ich habe noch einige bei mir hier rumfliegen und da ja was hochwertiges drin sein kann habe ich mir gedacht öffne ich sie mal vor die kamera vielleicht besteht da draußen doch noch interesse an diesen alten bundesliga karten also fangen wir jetzt mal direkt an so haben sie ja von hinten aus gesehen das ist schon mal hochwertige ja das waren noch karten die waren richtig retro heutzutage sagen würde aber nichts zu trotz haben die einige gesammelt ja und hier haben wir eine hochwertige ja vielleicht finde ich jetzt noch ein oder andere hochwertige karte schauen wir nach es sind ja noch ein paar booster die kleben aber so ein bisschen aber die sind ja auch schon ein paar jahre in der tüte würde ich jetzt mal prompt behaupten dieses booster tütchen war nichts was gegilzert hat und ihr schreiben da ist schon wieder falsches logo eine hochwertige karte wird das wohl sein also ihr schreibt mir auf jeden fall in die kommentare wie die karten überhaupt findet oder ob ihr sie selber gesammelt habt und wenn ja wie vollständig eure sammeln mappe ist sind da wirklich interessante motive ja war zum glück nur ein starspieler obwohl star naja aber egal bundesliga logo doch wenn man jetzt zurückblickt die karten die haben was wichtig ist aber alles ihr schreibt mir alles von diesem match attack bundesliga taugt 2012 2013 der saison habt ihr es gesehen hammer oder war das jetzt für euch zu schnell da war ja was richtig hochwertiges limitierte auflage aber falsche verein aber trotzdem richtig gut das ist richtig gut zweimal die limitierte auflage zwar die gleiche aber richtig nice hätten wir zwar eine andere gewünscht aber zweimal schon limitierte auflage der saison 2012 13 von falschen verein zwar aber hinein limitierte auflage richtig cool zum glück was anderes also schauen was das für eine hochwertige karte ist auch schon hochwertig aber das ist gut zweimal limitierte auflage jetzt wieder nichts drin sein glitzert nicht ja man merkt aber doch schon wenn die paar jahre eine tüte war dass die ein bisschen übereinander kleben drei booster tüten habe ich noch vielleicht finden wir ja noch was richtig hochwertiges aber trotzdem finde ich immer wieder mal schön so alte booster karten zu öffnen weil die eigentlichen karten motive die sind doch recht interessant wie ich finde besonders wenn man sie ein paar mal nicht oder ein paar jahre nicht mehr gesehen hat zehnte booster tüten aber wie ihr seht ist da wieder etwas hochwertiges drinne bin ich mal gespannt wie hochwertig sie ist doch nicht nun vereinslöger also hier ist es nun das elfte und letzte major tech bundesliga 2012 13 booster für heute wenn ihr es wollt wenn ihr gerne davon noch mehr sehen wollt schreibt es mir auch in die kommentare sonst schreibt ihr mir alles in die kommentare wie ihr die karten findet wie ihr sie gefunden habt ob ihr sie selber gesammelt habt oder jetzt erst ganz egal was ihr könnt mir alles hier und das video schreiben oder solltet ihr wenn ihr lust habt und wenn ihr keine lust habt zu schreiben lasst doch mal einen daumen hoch und es glitzert nichts also das waren sie jetzt die major techs 2012 13 das sind die hochwertigen karten die ich gefunden habe zweimal limitierte zweimal die gleiche star spieler die ist nicht hochwertig also vier stück insgesamt wie ich finde das war es mal wieder und sage deshalb wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu das war es mal genau die kin die die z